Jetzt müssen wir aufpassen. Fahnenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Wow. 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 Was macht der denn da oben? Ich sehe keinen. Hm. Da hinten hab ich echt gewischt? Okay. 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 Was ist denn da drin jetzt? Er greift ihn, hab spürt. Okay. 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 Alles klar. Trotzdem will ich es nochmal da rein. Hier ist nichts Besonderes mehr. KVA-Basis. Gut. Infiltrieren Sie die Basis und sichern Sie Informationen. Alles klar. So, so wie ich das aber gerade sehe. Mh, ist hier jede Menge schönes Zeug für uns. Was haben wir noch? Komm, wir gehen nochmal reingucken. Ja. Entschuldige. Können wir nochmal was kochen? Können wir nochmal was essen? Oh? Braucht jemand Bananen? Eine Bananenstaude? Ah, fast getroffen. Komm, wir. Oh, nicht wegschmeißen. Ob da. Okay, 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 okay. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist unten links ein bisschen grün aufgegangen, als wäre hier noch jemand. Fast so, als wäre hier noch jemand. So, den Größen können wir, die Großen können wir nehmen. Fahren wir jetzt links rum, fahren wir jetzt rechts rum? Äh, äh, links rum. Guck mal, da geht es auch noch nach links. Und dann geht es auch noch nach links. Ist das viel, die Richtung? Das ist sogar die Richtung. Das ist sogar eine Brücke dran. Natürlich können wir auch da lang fahren. Ja, komm, wir machen mal genau das Gegenteil, was wir sonst eigentlich auch immer machen. Nämlich das Gegenteil. Wir fahren mit dem Auto, mit dem LKW. Auf die andere Seite. Und schon stehen sie da. Und schon stehen sie da. Und dann stehen sie da. Und schon stehen sie da. Und dann stehen sie da. Und zwar, wie wir sagen sie werden. Und zwar ist sie da. Und zwar. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir haben ganz schön was eingesteckt. Und wieso kann ich da nicht weiterfahren? Darf ich das nicht zu Fuß? Das geht nicht so. Okay, wir probieren es mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Oh, nicht schon wieder abgestützt. Abgestützt. Und jetzt nochmal. Ich bin gerade durch die Straßensperre gefahren. Ob das so gut war, wissen wir nicht. Weiß ich nicht. Achso. Bild wird schwarz und dann geht es los. Passen Sie auf, Moment. Ihnen nähert sich ein schwer bewaffnetes Fahrzeug. Ich höre eher ein Hubie. Alter Schwede. Stab�ments! Wir sind schwer jobs! Der geht auf! Gardichtاضer. Weiter geht's! Er hat nicht zu sein, aber Merkstatt. Guck it up. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja, da kommt der Übergang gleich. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben auch rechts. Rechts oder links. Rechts. Wir haben jetzt schon Angst. Jetzt kommt der Heli. Ja. 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 Das war's für heute. klar nehmen wir mit schicken bis tolle aber den lesern wir mal raus und waren reflex hier drauf sehr schickes teil die sniper ist schon gut ja aber dafür haben wir irgendwie zu wenig munition im ganzen spiel deswegen bringt das relativ wenig was war das polis drauf das noch immer eine wo ist er im auto oben drin und macht nichts okay wow alles voll alles voll besser wir können jetzt losgehen wir laufen in die kva basis in der falschen richtung rein ist natürlich auch hart ne wir Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, die haben uns zum Beispiel schon mal nicht gesehen. Da, da ist er, da gibt es doch mal einen Weg runter. Okay. 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 Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Sind die jetzt hingelatscht? Maximale Panzerung. Hmm.